Oh Gott, ich hasse mein Leben. So, schönen Nebenmissionen. Wir hatten keine Zeit, Chad. Entweder wollt ihr, dass ich eine Stunde spiele oder ihr wollt die ganze Zeit das Intro gucken. Decide, Alter. Ich kann so nicht wirklich... Shao Suu, lol. Moin. Anno... Shao Suu, der Champion. Anno... Müsse ich Hirsche jagen jetzt, oder was? Ja! 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 Naja... Ja! 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 Wie ist das Endgame? Endgame ist das ja noch nicht, wir sind noch immer mitten in der Story, aber ich kann schon sagen, dass die Z-Kugeln keinen Sinn erfüllen. Also, so sehr man die am Anfang farmt, so wenig ergeben die Sinn am Ende. Leider, ah, da ist Dänchenhan. Level 10, Kappa. Gut. Zumindest eine Menge EP. Also das Turnier wird sicherlich nice. Das Turnier hier wird sicherlich nice, aber ich muss sagen, dieses ganze Z-Kugel gefahren und so, das ist schon, das ist schon weird. Am Ende. Schaosu war ein sinnloser Charakter. Charakter in Z, aber wenn man das mal mit Goten und Trunks vergleicht in Ende Z, ist das schon echt, ist schon echt, ist gleichwertig. Das ist sehr schade, weil das Potenzial so viel verschwendeter ist. Das ist ganz, sehr schade. Untertitelung des ZDF, 2021 Ja! Uah! Ha! 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 Ha... Danke, Herr. Hi. 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 Ha! Ha! Oh, ich hasse diese Saiyaman-Scheiße. Also, ich bin wirklich zählt bei der Kacke. Das geht mir so auf die Eier. Ha! 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 Ja! 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 Jetzt muss ich fahren, oder was? Ja! 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 Der ist doch verschwommen. Oh Gott, was ist das für eine beschissene Nebenmission, Mann? Was soll denn der Scheiß, ey? Das geht mir total auf den Sack. Was für eine erniedrigende Kacke, Alter. Ich stehe hier und bin der verfickte Motherfucker vom Herrn. Und die kommt an und mach mal bitte, du musst mal einen Abschlag machen, damit man herausfindet, wie krass du bist. Alter, ich gehe in Super Saiyan 2 und dein BH fliegt dir vom Top weg. So sieht es nämlich aus und die labert hier rum. Ey, ist das nervig. Ach so. Ach so. Ach. Das war's für heute. Ja. Hey! 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 Hm. 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 Bitte verschone mich jetzt. Ach Zeit. Du Scheiße. Kann's dir ja nicht geben hier, Alter. Boah, es nervt mich so. Macht er den ganzen Kack und kann nicht mal eindorten, echt mal. So, jetzt geht's los, Main Story. Gib mir das Turnier jetzt. » die Flucht aus.« » oi« » die Flucht aus. » Oh Gott, hier ist eine Nebenmission. Bitte nicht. Was ist denn los? Oh. Sag das Kleine, nenn die Kleine auch nicht hässliches Mädchen, die du doch zuhörst. Oh. So, ja. Benötigte Gegenstände, gefrorenes Kaninchenfleisch, Fleisch, hochwertige Zwiebel, ich glaube, ich habe alles. Wo kriege ich denn den Scheißen? Gefrorenes Kaninchenfleisch. Dazu muss ich irgendwelche Eisblocke aufballern. Rein jetzt. Komm, Chat, wir schaffen das. Es sind nur Beschissene. Ja? Wir waren jetzt. Das ist das. Das ist das, was wir machen jetzt. Wir gehen, wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 jetzt muss ich da eis hier wahrscheinlich geschafft immer noch als mega lappen unterwegs scheiß bildung scheiß bildung so 1 so eine ganz richtige aussage 187 scheiß bildung schön mit dem geliebsten amg donuts vom aldi machen also das gibt es jetzt aber eine menge punkte überlegt doch mal was ich jetzt gerade gemacht haben was ich in der letzten mission gemacht hat die kann ja sehr gut kochen ich möchte kurz anmerken dass jede frau in diesem spiel wirklich jede gut kochen kann es ist wirklich verrückt was kann die sonst noch entwicklung erwachsen ist sie auch verrückt so warte mal charakter ah ja was haben wir denn hier schönes zum entwicklen super erholungsstufe 3 wir haben hier schnell feuer k.i. schnell feuer k.i. was haben wir hier super kamehameha das könnte ich gerne mal machen oder chat wie siehts so aus hoffentlich kann das schon 65 bin ich gerade geworden drachenhammer faust 65 ah da was ist mit der ausrichtung so komisch warum ist die kamera so komisch die kamera ist nicht zentriert ich kann ich kann nicht zentrieren lol ich kann nicht zentrieren chat ich kann die kamera nicht zentrieren die ist immer anders lol what the fuck ich kann nicht so kämpfen was ist das alter ah 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 ich kann nichts machen also ich sehe nichts es geht nicht es geht einfach nicht was soll das warum ist das so und hier habe ich keinen bock drauf aber das ist so ein tilt moment wo ich einfach aufhöre dieses spiel zu spielen wieso zentriert die kamera nicht ich habe irgendwo seht ihr das aber ihr seht das ne das ist so ich kann nichts machen also ich kämpfe blind ich habe ja nichts geändert ich habe ja nichts geändert ich habe ja nichts geändert ich habe alles gedrückt was ist denn mit der kamera alter was ist denn hier sag mal die ist doch so komisch reingezoomt was was oh ne hab ich keinen bock drauf scheiß beschissenes spiel ne da zählt sich komplett weg ne da hab ich keinen bock drauf weißt du ich muss schon diese beschissene nebenmission machen wo ich irgendwie mit leuten ein verficktes gespräch führen muss auf basis irgendeines verkleideten wichsers was soll denn das was soll denn das und jetzt kommt hier auch noch so ein scheiß ne da hab ich keinen bock drauf ich bin was soll denn der kack hier das ist ein dreckspiel da würdest du dich mal durchquenken durch diese verfickten ne ne es reicht da bin ich zu tilt für was soll das kurz neu starten das ist mir die zeit nicht wert da geh ich lieber in die pause und mach mir nen schnitzel speichern und laden nein das ist mir nicht wert ich installier das spiel sofort es ist mir nicht mehr wert es ist nicht wert ne ne bin ich ne es ist es nicht wert das kann ja wohl nicht wahr sein es ist nicht wert ich starte das spiel wieder ich versuche nochmal dreckiges scheißspiel eigentlich ist es nicht wert ist okay es scheint wieder normal zu sein ist okay es scheint wieder normal zu sein nicht mehr wenn es nicht mehr es ist nicht wert wenn es nicht mehr ist es nicht mehr ich nicht verprügelt aber hart der ich will da ist der piccolo sehr dreckiger scheiß ich habe mich so Ich bin der Fall. Das war's für heute. Alter, 100.000 Schaden hat er gerade gemacht. Was fein da jetzt? Zorn. Ja, wichse hier, knickt. Komm, du mal in meinen... Jetzt kriegst du es. Oh Gott. Das war clever von ihm gemacht. Holy shit, super. Oh Gott, das ist so viel Angriffsschaden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war's für heute. Okay, er ist benommen. Nein. Holy shit, hat das Schaden gemacht. Nice. So macht man das. Super Kamehameha gelernt. Schwein gehabt. So habe ich alles gelernt. Kamehameha. Super Kamehameha. Okay, alles Level 3. Ja, Joachimha. Nice. Auf jeden Fall sehr gut. Highfire, danke für den Reservo übrigens. Moin. Was? Bitte keine We-Mission mehr. Gott sei Dank. Ehre. Wir sind fast im Turnier-Chat. Wir haben fast den ganzen Scheiß geschafft. Der fucking Typ muss seine Mutter um Erlaubnis fragen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Oh, nice. Endlich. Endlich, Alter. Oh, ich liebe diese Szene. Die ist mega gut. Mega gut, die Szene. Oh, er kommt einfach in den Super Saiyan rein. Und alle so, what the fuck? So crazy. Ist das der zweite oder der erste? Ich weiß nicht, wo ich bin, Alter. Der ist super schnell, Alter. Ich will mal ein bisschen weniger Chi verbrauchen. Ich kann nicht ausweichen irgendwie. Alter, ist der stark. Wahnsinn, Mann. Ich kann gar nicht richtig aufladen. Und der kommt immer ran mit denen. Nicht schlecht, ey. Jetzt habe ich ihn noch nicht. Oh Gott, ich konnte ihn wieder nicht so richtig setzen. Alter. Der trifft ihn jedes Mal. Ich kann den nicht ausweichen. Ich kann den nicht so richtig aufladen. Crazy. Not bad, ey. Weißt du, du hast diese Szene gesehen und dachtest so, Goten wird einfach der insaneste Kämpfer der Welt. Und dann macht er einfach nichts. Dann macht er einfach nichts. So traurig. So traurig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus als globalen Notfall eingestuft. Jesus fucking Christ, Alter. Kannst du die Scheiße nicht ausdenken? Das Timing ist einfach insane. Das Timing ist einfach insane. Das Timing ist einfach insane. Auch Push von Spiegel bekommen? Äh, ich kriege von SZ immer einen Push. Süddeutscher. Oh, war gekriegt. Schnell noch den Zap. Leute. Es ist bald vorbei. Ja. 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 Jetzt ist es bald vorbei. Die Frau kann übrigens auch wieder ausgezeichnet kochen. Tornado-Torben ist schon sein, sein Zap schon verlängert in Richtung Juli, Alter. So geil die Situation, so geil. Super Saiyajin in so einem Angebot. Das ist wirklich crazy. Aber das ist halt einfach auch übel insane, wenn deine Kinder aufgrund des übermäßigen, krassen Erfahrungsbereichs, den du hast, so schnell, so stark werden. Stimmt, er hat ihr das Fliegenbein gebracht. Die ganzen Füller-Optionen, ey. Oh, das ist auch ein bisschen schön. Du hast dir gesagt, warum hast du diese Fülle... Es ist passiert, Chat, jetzt. Es ist passiert. Nur eine Nebenmission, PopChamp. Und dann hoffentlich nicht mehr so viel Goran spielen. Oh, hallo. Das Turnier beginnt. Na, Roboter. Oh. 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 Danke für die Streams und den Content. Prinz, danke für den Reset, Mann. Gerne. Oh. 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 Das war's schon, ist nur einer? Das ist nur einer? Ich hasse ziehsuchende Raketen, Alter. Die WHO habe ich, ich habe den Artikel gesehen gerade, ich habe ihn gerade mitbekommen. Ich verstehe nicht wieso, aber ich bin auch kein Experte. Aber es ist verwirrend. Weil die WHO auch sagt, wie viel krasser die Grippe ist. Also keine Ahnung. Bin ich raus aus der Nummer jetzt. Christoph Krachten lädt schon ein neues Video hoch. 5 Millionen Tote in Deutschland, potenziell. Ich habe keine Ahnung. Ja gut. Das war's für heute. Ich bin ein Wettbewerb und ich bin ein Wettbewerb. Ich habe Shenlong tatsächlich noch nicht zugewiesen. Oh, war das hier gelingen? Also mittlerweile ist es ziemlich voll hier, ne? Der Giniusquad fehlt noch. Alter, das ist das erste Mal beim Turnier, das ist super weird. Oder was? Was stand da? Okay, ich bin bereit. Okay, es ist jetzt passiert. Wir sind dran. Stopp! Let's go! Endlich! Endlich! Verdammt, Zeit, ey. Come on. Mr. Satan kommt. Da kriegt sie auf die Fresse, Mr. Satan. Alter, das ist voll geil. Mr. Satan, das ist ein Schöne. Ich bin ein Schöne. Ich bin ein Schöne. Ich bin der Welt der Satan-Fan, ich bin der Welt! Satan! 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 Stimmt, die müssen noch diesen Test machen mit der Schlagmaschine. Das Turnier. Der Mann mit dem Ring. Aber du bist gut? Die Gokun. Ich bin wieder zurück. Son-kun. Gokun. Herr Vater. Hehehe. Bruder, du siehst halt so... Bruder, du bist... Warum ist Jan Chu in der Kampfhaltung? Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Der macht sich darauf gefasst zu sterben. Das ist ein ganz tolles Spiel. Danke, Schleimacher. Ich bin auf der Kunde. Dann ist es in den Kunde. Dann sind wir hier. Ja, dann gehen wir hier. Naikote, ich möchte etwas überlegen. Krass. Vielen Dank für die Resubs. Logs und danke für den Sublight Passenger. Dankeschön. Thank you very much. Oh, endlich Trunks benutzt. LOL, motherfucker. Ich bin gleich direkt 46. Not bad, not bad. Erstmal Charaktere pinten. Der kann absolut gar nichts, alles klar. Schön, schön, schön. Gut, gut, gut. Okay, scheiß drauf. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Tut mir leid. Also...